Okay, Leute, sie ist ein bisschen schüchtern. Schenk dir einen kleinen Applaus, wenn sie rauskommt. Hier her sehen? Gut. Wir haben eine neue Attraktion. Meinst du, es erschreckt die Kids? Die Eltern werden Albträume kriegen. Sie haben einfach einen neuen Dinosaurier erschaffen? Ganz miese Idee. Es tötet zum Vergnügen. Da sind 20.000 Leute, die nirgendwo hin können. Wir jagen sie. Mit allem, was wir haben. Hier drin sind wir sicher, oder? Hier drin stand. Hier drin sind wir sicher, jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020